So, ganz kurz mein neuer Canon Navigator. Ein sehr cooles Gerät. Das ist ein kleiner Rechner, eigentlich ein Terminal mit integriertem Drucker. Sehr cool. Ein Telefon. Und das Tollste ist hier ein Touchscreen. Schalten wir diesen mal ein. Eigentlich eine ganz coole Kiste. Da müsste ein DOS oder ein Windows 3.11 oder so ähnlich drauf sein. Das RAM-Test kann man nicht abbrechen. Hören wir leider nichts. So. Einfach mal schnell aufgenommen im Keller hier, bevor ich nach oben... Ah ja. Der möchte vom Diskette booten. Normalerweise haben wir hier eine Festplatte drin. Aber wahrscheinlich hat der eben die Zeit verloren. Ja. Schön. Tja, das heißt Basteln. Aber eine coole Kiste. Yay. Ein Winterprojekt schätze ich mal. Denn so schnell werde ich da nichts dran machen können. Sehr schön. Und sehr wohl. Doppel. dass wir uns nicht mehr auf einmal boobs aus einmal Seattle,